Ja, ich kann es relativ kurz machen. Ich denke, heute hat nur eine Mannschaft gespielt und das waren wir. Wir haben eine fantastische erste Halbzeit gehabt. Wir hätten 3-0 führen müssen mit den Chancern, mit dem verschossenen Elfmeter. Das hat leider nicht gereicht und so ist das halt im Fussball auch. Ich habe natürlich auch volles Verständnis für die Spieler, wir sind alle enttäuscht für die Fans. Aber wir haben ein starkes Spiel gezeigt und hätten Tore schießen müssen, ist es uns heute nicht gelungen und darum sind wir ausgeschieden. Ich will nicht viel sagen, das Thema ist sicher. Wir hatten die beste Hälfte. Es gibt keine andere Hälfte, nur die Kuran-Kurane heute. Wir sind die Hälfte. Wir haben eine große Herausforderung gemacht. 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 Es gab einen ziemierte dr around zu für unsereособ favourite Alan hat. Ich habe eine große Herausforderung gemacht. gray Krebs, aber wir können caue Serhans in der Saal es dort um zu Ende. Herr Beschank Sie, herst du gerade, genau das địnhjagen habe. Wir haben eine große Herausforderung gemacht. Herr Blackabs geimpART. Ich bin der erste Tag mit dem Nader der Ahle in den Fuss mit 5 Bötalat. Heute sind wir noch im ersten Jahr 11. Und die Nader der Ahle haben die Bötalat. Was ist das mit dem Thema? Und wir haben beim ersten Wettbewerb, das war natürlich noch in unserer Vorbereitung, wir hatten einfach auch zu wenig Zeit, um richtig dabei zu sein. Wir haben da auch mit einem Elfmeter verschossen. Wir waren ja eigentlich über das ganze Spiel auch nicht schlechter, haben aber unsere Möglichkeiten leider auch nicht verwehrt in diesem Spiel. Und dann geht es so. Also das waren jetzt zwei Spiele. Sun Downs haben wir 1-0 verloren. Hier hätten wir gewinnen müssen. Das ist uns nicht gelungen. Das ist eigentlich auch. Ich möchte da die Spieler auch in Schutz nehmen. Das ist ja wie wenn sie auch bei ihrer Arbeit, das ist ja nicht jedes Mal so, dass das vielleicht ein Bericht, dass der super gut ist und alle lesen den und alle finden den fantastisch. Das ist bei den Spielern oder anderen, die arbeiten, die bringen auch nicht jeden Tag, die ganze Woche immer Top-Leistung. Und das ist normal auch bei den Fussballern möglich. Und das hat nichts mit Geld zu tun, sondern es ist halt einfach auch, man kann mal einen schlechten Tag haben, man kann mal nicht so gut drauf sein. Das war heute nicht der Fall. Die Spiele haben alles gegeben, haben alles rausgehauen. Das Einzige, was gefehlt hat, dass wir Tore schießen. Aber nichtsdestotrotz ist es auch möglich, dass man mal Spiele verlieren kann. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... die wir haben, die wir heute haben. Aber ich bin sicher, dass wir das Arbeit haben. Und wir werden es in diesem Jahr weiterentwickeln. Und wir werden es in diesem Jahr weiterentwickeln. Und wir werden es in der nächsten Zeit kommen. Und wir werden es gut machen. Und wir werden es gut machen. Aber Modest war dann die beste Entscheidung, die Al-Ahli gebraucht hat, in so einer kritischen Zeit, wo er einen Stürmer gebraucht hat. Und hat Al-Ahli dann den Luxus, auf einen Spieler so lange zu warten, dass er wieder fit ist und spielen kann? Ja, es braucht halt einfach Zeit. Er hat natürlich trainiert, aber hat nicht diese Intensität gehabt. Er hat, ich denke, aber auch mal zwei, drei Spiele in der Meisterschaft. Das ist jetzt gut, dass wir jetzt in der nächsten Zeit in der Meisterschaft spielen können, dass er diesen Rhythmus bekommt. Und dementsprechend ist das aktuell die Situation. Die Situation ist, bevor wir kommen, dass wir noch nicht in der Meisterschaft spielen können, dass er diesen Rhythmus bekommt. Das ist gut, also muss ich arbeiten. Er braucht, ich denke, drei Spiele in der Meisterschaft, in der Meisterschaft der Meisterschaft. Nicht die Spiele in der Meisterschaft der Meisterschaft der Meisterschaft, wie wir in der Meisterschaft der Meisterschaften haben. Es wird es wichtig, dass er mit der Meisterschaft erhält, dass er mit der Meisterschaft erhältst. Und das ist das, was wir vor uns, und wir müssen arbeiten, und wir müssen vorbereiten werden. Danke, Coach. Danke, Kapitän. Danke.